Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was diese Frau hier sagt. Also dieser Ninko, der ist ja mal der Hammer, besonders sein Let's Play It's the Fate of Say. Es gibt niemanden, der cooler ist. Ja, obwohl. Ja. Oh, nur eine Sondertrainingserheil. Interessant. Aber okay, weg der Sache. Wir sehen uns gleich wieder. Den Kumpaden kennen wir doch irgendwoher, oder? Er lernt das auch nicht dazu. Oh, diesmal hast du so gestorben. So, da bin ich wieder. Bin noch schnell in den Level aufgestiegen. Was hast du gerade angeboten? Was hast du noch mal? Ja, Billy. Billy, Billy, Billy. Speichern wir jetzt. Bist du bereit für die nächste Runde? Wir sind in die anderen. Das hier ist der Südeingang. Der Gegner befindet sich im Nordeingang. Der Rest ist entweder außerhalb der Arena oder im Trainingsraum. Das ist nicht. Was macht das hier? Oh, kann ich nicht durchstellen. Aber sowas von. Einer mit. Und schon geht es in die nächste Runde. Der Soldat aus dem Norden gegen einen bombigen Künstler. Runde 3 beginnt. Oh, 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 oh. Eigentlich kenne ich schon einige Fehlerquellen. Verdammt, wo ist Möfisto hin? Er sieht es, äh, er sieht es sich vom Rang aus an. Und Sie sind? Herr Kripper, aber das Original. Viele kennen nur mein Frère, der mit dem Zylinder. Ich, ich und meine Zeichenkunst gerieten in Vergessenheit. Traurige Geschichte, aber können wir jetzt kämpfen? Ich habe noch eine andere Sache zu tun. Mais non, ce n'est pas possible. So sehe ich das auch. Fromage, Spagett und Verdeter oder so. War das nicht der Regenwurm? Der sieht echt heiß aus. Voll der Plot fest. Hatte jemals einen Bruder? Oh, oh, oh. Irgendwann, ich meine, wie viel das spiel. Schauen wir noch. Monsieur Creeper, ist ja klar, dass er so heißt. Okay, ich mache noch Schaden. Guck mal, ich mache mehr Schaden. Wirklich, Volley, du hast Ränder Schreck ein bisschen OP gemacht. Aber gut, dafür kostet es wenigstens auch ordentlich. So, keine SP mehr. Da wird mit dem Schwert der sieben Sünden drauf gekloppt. Das ist geil. Er hat sich in die Luft gesprengt. Was, eine Minecraft-Anspieler, was du, Alter? Aber da explodiert es, ist klar, ne? Okay, wenigstens hat er es schnell gemacht. Und der Gewinner ist C. Hey, heil die Fresse, Mephisto. Verwinden Sie ihn! Puh! Wartet kurz. Äh. Nicht, dass, nicht, dass der gleich noch, äh, uns anspringt. Achso, die waren übrigens in der großen roten Tour von mir. Äh. Oh, warte mal. Kann ich hier raus? Oh, schade. Ich dachte, jetzt finde ich so voll krass, die Steck. W-warte, warte, warte. Was ist? Du scheinst wutendrand wegen des Soldaten, den du niederstrecktest. Doch sei dir bewusst, all dies hier ist tiefgründiger und komplexer, als du denkst. Es... Wo ist das Bartbuch? Wo sind sie? Mir düngt es sei nicht hier. Nur ich vermag zu wissen, wo es ist, also kannst du mich nicht töten, wenn du dein Ziel erreichen willst. Ich stelle einen neuen Gewinn für das Turnier zur Verfügung und das Bartbuch. Und das dürfte ihm genügend Zeit geben. Spricht er von Herimauts? Er will wahrscheinlich nur Zeit gewinnen. Doch wofür? Er hat das Bartbuch. Hatte denn nicht schon alles, was er benötigt? Jetzt hätte Sam B. nochmal genau fragen, wo das Bart... was das Bartbuch ist. Nein, du musst warten, es kommt gerade an. Oh. Ah, ich sollte doch hier zu dem einen Typen wieder... Oh, eine neue Gegnergruppe. Oh, eine kleine Gruppe. Ich hasse Random Battles, nur um das mal so zu sagen. Die sind so unnötig und dauern meist beschissen lange. Und sind meist auch nicht lustig. Aber ich glaube, genau dafür sind die Dinger da. Langweilige Dinge und langweilige... Machst du das? Trainiere nie, ohne vorher einen Obstsalat zu essen. Wie du furchtlos gegen diesen Creeper angetreten bist, das zeigte mir, dass ich dir diese Questern vertrauen kann. Also, in der Nägel von Regenheim befindet sich hohes Gras. Die Leute vermeiden es, dort hineinzugehen. Angeleblich sollen sich im Hohengras Monster verstecken. Sieh doch bitte nach, ob da was dran ist. Okay. Okay, okay. Schon erledigt. Also, ich bin schon dabei. Sagen wir es mal so. Bist du es vielleicht? Möglich. Vielleicht kackt Isaac ja auch auf. Oder der spricht vom kontrollierten Isaac. Dass er den jetzt auch irgendwie voll krass kontrolliert. Ich will ein neues Teammitglied. Oder ein anderes Teammitglied. Apropos Regenheim. Seid es mir irgendwas Neues? Das heißt dann wohl, ich darf jetzt zurücklatschen nach... Ich wollte schon sagen, Heriheim. Warte mal, der Bürgermeister ist weg. Ah, ich kann mir... Mr. T. Es ist ein weltberühmter Schwarztee. Temo. Niemand mag diesen Tee. Trotzdem existiert er. Und Tee nage er. Er wird von den Jüngeren bevorzugt. Das ist wahrscheinlich irgendein... Mr. T. Hm? Jetzt verstehe ich ihn. Natürlich... Auch wenn ich es nicht brauche... Kaufe ich mir zehnmal Mr. T. Muss sein. Ist es einfach so. Wirkamen ist das weg, nach wie vor. Wo ist er hin? Ja, es hat irgendein Gefallen. Er will es mir nicht verraten. Okay, bei dem kann ich Tee kaufen. Hier irgendwas. Nein. Na gut. Ich suche den auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann Regenheim. So, da bin ich schon wieder. Ich habe vergessen. Hier ist er. Ich soll ja hier im Gras nachgucken, ob da... Höhlenwienchen? Was macht denn Höhlenwienchen hier? Aber tatsächlich haben wir uns da drin. Immer noch? Okay, das war eine krasse Nebenquest. Okay. Wir sehen uns in der Arena. So. Dich hat also wirklich in uns angegriffen? Hat es laut seinen Namen geschrien? Ich glaube nicht. Ach so. Dann interessiert es mich nicht weiter. Bekomme ich keine Belohnung? Ich habe eigentlich nichts von deiner Belohnung gesagt, aber ich habe heute einen großzügigen Tag. Man hat dir einen Gold gegeben. Tyranniere nie, ohne vorher einen Obstsalat zu essen. Schön. Schön, Fettel. Können wir nicht mal Penumbra weiter aufnehmen? Ja, das wäre schon toll. Ja, 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 ja. Das wäre schon toll. Sagt ihr jetzt eigentlich was? Bleibt ja da. So, sagt ihr was anderes? Äh, Hammer? Nein. Wie du mir fest umgehauen hast. Respekt. Okay. Ich dachte mir nicht, wieso gleich da rausgehen und... Warte mal. Wir sehen uns vor Regenheim wieder. So, und wieder da. Ich merke gerade, die Quest haben wir immer noch nicht gemacht. Stimmt. Ich war immer noch... Einen Weg hatte ich immer noch nicht genommen. Dann will ich immer noch wissen, was da mit diesem Mann los ist. Aber okay. Warte mal, ich will jetzt... Betonung auf Will an sich nicht. Mit Zambi reden. Hm. Mühe mal kurz... Ich will jetzt mal gucken, was dieser etwas angedickte Mann zu dieser Situation zu sagen hat. Ich bin so hungrig. Na, ist hier mein Gockel-Need. Das kann ich nicht mehr gebrauchen. Ah. Der letzte Überriss eines großen Helden unserer Zeit. Das ist schon wahr. Äh. Habe ich irgendwas noch nicht vorgelesen. Ich überlege gerade. Ich habe immer noch eine Bombe. Ich glaube, er hat eine Bombe zur Fiege gegeben. Oder man braucht die später noch. Hm. Und dieser Mann hat keine tieferen Bedeutung? Nein? Nein? Okay, hätte nicht. Warte mal, ich glaube, ich sollte doch Herimauts Bescheid sagen, wenn er... Wenn ich hier mit der Arena fertig bin. Herimauts, ich sollte dich weg, dann... Er schnurpt, ne? Hm. Ich hoffe, ich bekomme ihn nie wieder. Das wäre schön. Ach. Das kennen wir doch. Denk nicht mal daran, mir eine Potion zu bringen. Okay. Moment, was? Ach ja, der Schneemann hasst Potions. Das muss man verstehen. Der Schneemann... Ja. Oh. Um seine Höhe. Oh, hier ist es dunkel. Wirklich? Ich... Dazu muss man nichts sagen. Achtung. Random Battles. Da ist ja gar nichts. Außer eine Truhe, die uns... Nee, nicht wirklich viel kann. Das ist ganz schön dunkel, wirklich. Da ist ja gar nichts. Was soll mir das jetzt sagen? Dass diese Pisten useless sind? Können wir an sich nicht wirklich Schaden drücken. Aber das wüsste ich schon vorher. Dann halt, schlau, schlau, schlau. Wie ein Schwert. Achtung, Random Battles. Wo denn? Wo sind hier Random... Ah... Oh. Oh. Ähm. 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 Seid ihr dann bald mal fertig? Ich glaube, dieser Kampf dauert ewig. Überspringen wir mal schnell. Ich hab mal wieder Bienenschnecke da bekommen. Mann, ist das lange her. Ach so, und das ist jetzt... Wieder einer dieser Trainingsgebiete? Ist das wirklich die einzige Gegnergruppe? Das interessiert mich jetzt mal. Ah, ein neuer Gegner. Ein kalter Geist. Geisterhaft. Oh. Das ist Schaden. Zwei Gegner habe ich entdeckt. Ah, ist mir jetzt auch gerade egal. Ich hab keine Bock auf Random Battles. Ich hab ja... ...schnell... ...dass mir hier... ...irgendwie was anspringt oder so. Schnell... ...den Ding reinhauen und... ...ja, wieso nicht? Ich hab ja... ...genug... ...auf allen Dingen. Was bringt mir das... ...kokkanit? Oh, das ist immer noch geil. Was bringt mir das... Was... Was ist da... Was ist alles passiert? Was? Wie? Wie? Was? Nein! Verweigert! Was ist das überhaupt? Okay... Was ist das hier, was ich... War das nicht das Ding, was ich besiegen muss? Elbschatten? Die sind sogar so jörter... Na gut, das ganze Vieh ist eine Anspielung darauf. Kampfgeist. Du machst ganz schön viel Schaden! Hm... Kannst mal aufhören! Ähm... Mr. T... Ja, du musst deine Halbschattenweite... Item... Mr. T... Okay, sein Auto-Attack macht nicht so viel Schaden. Lässt mir mehr Zeit zum Heilen. Okay, okay. Ich hab Zeit, zurückzuschlagen. Und 200 Schaden zu tun. Alter, ist das Lied geil! Heilige Scheiße! Was hast du hier für ein geiles Lied ausgepackt? Valet! Also gegen die Lieder kann ich auf keinen Fall was sagen. Die sind extremst geil! Nein! Oh! Shit! Nikes! Du machst den extremsten Schaden, den ich nicht möchte! Hm... Hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann hätte ich eine Idee gehabt! Na gut, einmal halte ich es nur aus! Ähm... Nimm Psycho-Saft zu dir! Das riecht nicht! Hm... Dann weiter, Mr. T... Verleihung... Alten... Psycho-Saft... Fähigkeiten... Renn der Schreck! Los! Scheiße! Zerschnitzel ihn! Say! Was würde ich dafür geben, jetzt Herremotes zu haben, der jetzt... auf die Fresse bekommt, damit ich nicht auf die Fresse bekomme? Oh Gott, ich vermisse Herremotes! Das ist... Das ist nicht gut! 25, Herr im Moment... Nimm noch einen Psycho-Saft zu dir! Hm... Halschatt macht so viel Damage! Damage! Ich glaube, ich habe auch noch mal die Attacke, wenn ich das richtig fast habe! Keiner Schneck! Los! Jawoll, ja! Ah! Ich jawoll, ja! Der hat nichts gemacht! Er bleibt ganz normal! Gut! Er hat wieder nichts gemacht! Das ist gut! Psycho-Saft zu den Himmen! Wieder nur eine Out-Attack! Ich glaube, er ist Out-of-Mana! Ich hoffe es zumindest! Renn der Schreck! Zerschnitzel ihn! Wie viel Leben hat der? Mann! Ich nehme jetzt so lange zu viel Saft zu mir, bis er tot ist! Ja, endlich! Jawoll, ja! Hm! 640 und... 640, ja... Typ so aus, als wäre er aus einem Horrorspiel entsprungen! Ah! Jetzt verstehe ich diese Clarence-Anspieler! 1. 10. 10... 15. Dazu rechts ist die Clarence-Anspieler! 2. 32. 62. Ah, hier sind wir wieder. Am Anfang. Im Anfang. Ohne Sorgen. Das ist doch so unbeschwert. Eine Sache checke ich jetzt nochmal nach. Ohne Sorgen. Hatte ich ja alles kaputt geschnitzt? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie ist da ein Wohl eingesetzt? Wofür hatte ich das damals eingesetzt? Ich kann mich schon erinnern. Das ist verbehindert. Und behindert. Aha! Ähm... Hallöchen! Lass mich entfrieden. Wohl damit das verdient. Ich bin jetzt nur noch ein wertloser Zombie. Kann ich sterben, aber auch nicht leben. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal eine richtige Rolle in einem anderen Spiel spielen. Was willst du überhaupt hier? Ähm... Ach, gar nichts. Lass mich allein. Ich würde sagen, den knöpfen wir uns im nächsten Part vor, wenn er ein optionaler Boss sein sollte. Bis dann! Tschau Leute! 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 Untertitelung des ZDF, 2020